Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Mörder mit Paolo. Einen guten Tag. Ja. Okay, ich würde dann gehen wir in eine Runde. Warte, man nimmt... Ja, okay. So, wir haben es jetzt auch in eine Runde geschafft. Und zwar spielen wir die Map Archive. Was hast du für eine Mörder Chance? Okay, ich hatte drei. Ich auch. Welcome in Club. Ach, die Maske kenne ich. Gefährlich. Oh mein Gott. Weißt du, wer ist? Äh, ich hab gerade nicht auf den Tränen geachtet, aber ich weiß, wer es ist. Also, der war gerade hier bei mir. Ja, okay. Wenn du tot bist, sag nicht, wer es ist. Gibt drei Leute mit Steve's Kind. Bier. Weißt du noch nicht, was du da hängen bist? Hey Leute, bei mir haben alle irgendwie ein Steve's Kind. Einfach? Ja. Außer du und ich. Hey Leute, da wollen wir nicht hier zu. Hey, wo? Hier bei... Nein, da müssen unten in die zwei Trichter jeweils ein Gold und oben in die zwei Trichter jeweils ein Gold. Also so, dass alle vier Flammen drin sind. Nee, Paolo, da hinten war doch mal eine Leiter nach unten. Ja, da ist ein Geheimgang. So, warte, da mach ich unten auf. So. Jetzt ist es auf. Right. So. Ja, toll. Äh, Moment. Ach, seid doch alle still. 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 Okay. okay ich bin in der lobby okay jetzt haben wir alle nochmals also ja da gibt es genau ich habe keine angst Das soll ich dir jetzt auch noch glauben, oder was? Ja, klar. Da ist einer gestorben! Ah, ja, ba da! Da, 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 da. Ich brauche Gold. Habe vier Gold. Brauche zehn Gold. Du, eine Bogen. Hey, wer ist Mörder? Keine Ahnung. Meint er diesen Mountie-Dings? Hä? Okay. Okay. Oh, Polo, du bist wohl tot. Ja. Hast du mal eine Leiche gesehen? Ja. Bist du da auch tot? Nein, du läppst. Oh, da müssen wir dir mal zuschauen. Ach ne. Kann ich in deinen Kopf rein? Ne, geht nicht. Kein Game-Mode 3. Kein Game-Mode 3. Der stellt dir auch lauter komische Vermutungen auf. Der macht wirklich Garde ab. Jenni lin okay gg aus d also ganz nebenbei wenn ihr ideen habt was hier oder pause oder sonst wer gehen können schreibt einfach mal in die kommentare oder pause was sagst du zu der idee oder auch wünsche habt was wir gerne sehen wollt oder jetzt zu pausers wie heißen dein ding dieses browser bucket wenn ihr ideen habt was er programmieren könnte beibringen könnte euch programmieren was er hat vorprogrammieren könnte schreibt es auch einfach mal in die kommentare ja ja ich habe gerade nicht dran vorbeigelaufen ist im prefix programm eines krieger und jeder selbst sehen ohne tut also das meine meine ok du bist du startet in 1 0 danke liebes internet ah, you are innocent thank you handy, my handy hat mich gerade erinnert dass, äh, bestehlich wie Spaß nachher läuft Werbung ja, aber so, alle nachher mal einschalten und verursachen zu können ok obwohl das Video Essen morgen rauskommt welches das hier ach so Hiiii Dave, bist du Mörder? Nee, ich bin Inno Du are innocent das glaub ich dir nicht Öll ok, schreib dir eine bei ok Böhm es sind ein paar Leute gestorben aber der Detektiv lebt noch bist du Detektiv? nein ach so, ok der ist Elf, leider oder 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 danke Okay. Oh. Na, ich auch. Hahaha. Da wäre schon lustig, ne? Ich würde mich auch mal über Mörder freuen. Du warst da eben schon Mörder. Ja, gut, habe ich gesagt. Damit ihr es auch wisst, wir haben eben schon drei Runden oder vier sogar gespielt. Ja, paar Rundchen. Manchmal liegt dieses Gold auch echt unzugänglich. Okay, ich gehe mal auf... Toilets. Hier liegt sogar Gold. Und noch mehr Gold. Junge, auf der Toilette liegt ja ein Vermögen. Und bitte noch ein zehntes Gold. Warte, da war was. One bow shot. Okay. Niemand weiß, wer ist. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelschildchen heiß. Schreibt mal in die Kommentare, wer solche Märchen noch kennt. Warte, kennst du sowas noch? Oder kennst du überhaupt Märchen? Also, was heißt überhaupt? Ist der Mario? Oh. Warte, ich glaube, ich weiß, wer ist. Nein! Mein Gott, war zu langsam. Du lebst auch nicht mehr, ne? Doch, ich lebe noch. Achso, okay. Da muss ich lieber suchen gehen. Jetzt lebe ich nicht mehr. Okay. Naja. Dann, ich... Nimm noch eine Runde oder beenden? Wir sind nämlich schon bei 15 Minuten. Nimm noch eine Runde. Eine noch. Eine geht noch. Okay, eine geht noch. So. Wäre schön, wenn jetzt einer von uns beiden was Besonderes wäre. Also, was Besonderes. Eine besondere Rolle kommen würde. Ja. Ich nicht. Ich auch. Innocence. See your life as long as possible. Missbestimmen werden. Bisschen Gold brauchen wir hier. Bisschen Gold. Wo ist die Gold? Da warst du. Hi. Ne, warte, ich geh da da. Hi. Hi. Ich komm dir hinterher. Ich geh. Mein Gold. Ey. Ich leute mir noch was Gold hier. Oh. 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 Merci. Bisschen Bisschen Stein und bin immer drauf. No. 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 Lesch. Dann. heißt also eigentlich nicht cool aber wenn übel sehr schlechte mutter da stirbt wo sind die alle haben die sich versteckt ein gold mein gold Oh. Oh, Farge, ich wär fast so növer. Schön gewesen. Ist jemand drin? Nö. Ach nee, mein Gott. Denn hab ich nicht gesehen. Ah, aber damit würd ich sagen, was das von dieser Folge. Lasst ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Hast du noch was zu sagen? Nö. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017